Die historische Premiere konnten auch der Regen und die kühlen Temperaturen nicht aufhalten. Zum ersten Mal fand am Sonntag in der Palästinenserstadt Bethlehem ein Marathon statt. Rund 100 Läufer nahmen teil, 300 weitere wagten sich auf den Halbmarathon oder die 10 Kilometer. Zwei Schleifen mussten die Marathoni absolvieren, weil die Organisatoren keine zusammenhängende Strecke von rund 42 Kilometern Länge im sogenannten Gebiet A im Westjordanland finden konnten, das unter alleiniger Kontrolle der Palästinenser steht. Die Runde führte unter anderem durch Flüchtlingslager und entlang eines Teils der israelischen Sperranlage zum Westjordanland. Jeder hat das Recht zu laufen, auch wir in Palästina können das, auch wenn wir und die Stadt Bethlehem von Mauern umgeben sind. Dann laufen die Teilnehmer eben zwei Runden, um auf die 42 Kilometer zu kommen. Es ist ein Erfolg, wenn man auf die Zahl von internationalen Teilnehmern schaut. Sie laufen zusammen mit Einheimischen, trotz des miesen Wetters. Ja, ich glaube, es ist ein Erfolg für uns. Zwei Däninnen hatten den Lauf mit dem Motto Recht auf Bewegung organisiert. Als erster rannte Abdel Nasser Awajne, ein Palästinenser aus Siricho, nach drei Stunden, neun Minuten und 47 Sekunden ins Ziel. Als stolzer Sieger eines historischen Rennens. Wisstern, d waiting es genau, bis jetzt nicht bis jetzt. Wisstern,уйst, streams und tief rein, bis jetzt nicht. Bis zum nächsten Mal. Zu Hause, bis jetzt an W judgments und Difficäden ist ja gründer appetite, bis jetzt erst mal!